Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen anderen Video. Ich habe eine neue Funktion auf YouTube entdeckt, fand ich ganz cool. Und zwar kann man jetzt als YouTuber seine Fans einsehen und schauen, wer denn so am aktivsten ist und so weiter. Und ich zeige euch das gerade mal. Das kann man hier nämlich sehen. Hier unter Fans, was am wichtigsten ist für uns YouTuber, ist die Interaktion von unseren Zuschauern. Und wenn man das danach sortiert, sieht man hier, wer am aktivsten ist. Und das ist der liebe Zodius. Und ich muss sagen, das kann ich bestätigen. Die Kommentare von ihm sehe ich eigentlich unter jedem Video. Und Interaktion setzt sich zusammen. Also diese Reihenfolge, positive Bewertungen, Kommentare und Abonnements. Und ja, da sind diese Leute hier zum Beispiel bis zum zehntbesten. Blackboost übrigens am zehnten Platz. Alter Stalker. Naja, gut. Und ja, als kleines Dankeschön an Zodius. Da er wirklich der ist, der wirklich jeden Tag an jedes Video was schreibt und alles schön fleißig guckt, verschenke ich ihm ein kleines Indie-Game. Ich schicke ihm eine Liste zu per PN und er kann sich dann schön eins aussuchen. Und ja, dafür einfach mal Dankeschön, weil die Einstellung, also hier diese Community-Abteilung hier unter dem Kanal gab es vorher nicht. Und finde ich wirklich sau interessant. Mich hat schon immer mal interessiert, wer ist so der Aktivste. Zodius hat da schon immer mal ein bisschen rausgestochen und habe mir schon sowas in der Art gedacht. Und als kleines Dankeschön schenke ich ihm halt so ein kleines Indie-Spiel. Und ja, das war es eigentlich auch schon zum Video. Und natürlich auch Dankeschön an alle anderen, die so fleißig dabei sind und liken, kommentieren, immer dabei sind. Es ist wirklich, genau diese Leute sehe ich auch immer unter den Kommentaren. Vielleicht seht ihr euch ja hier irgendwo, sieben Seiten sind es. Ja, dafür einfach mal ein dickes Dankeschön und Zodius, viel Spaß beim Zocken. Du kriegst jetzt ein PN, ne? Also würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.